so herzlich willkommen zur kleinen testaufnahme gucken ob alles so mit größe und so passt man sieht schon menge ist anders keine kamera anderes bildformat ich hoffe youtube kommt damit auch klar ganz kurz hier probieren das war schon fast klar machen wir so perfekt ok es ist nur noch die frage ob das ganze auch audiomäßig passt okay ich muss definitiv lauter reden aber das ist ja kein problem okay meine letzte aufnahme ist nämlich schon ein bisschen her dass wir uns jetzt mal gucken ob wir noch alles so ist alle designen sollte ja sehr schön okay gut dann geht es in der nächsten folge los mit einem neuen kleinen projekt